Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus und alle meine Abonnenten und natürlich eure neue Zuschauer. Ja, noch eine Folge, Wheelspin-Folge, Super Wheelspin-Folge, Forza Wisen 5, ja grüß dich, das passt ja. Aber heute eine bisschen kürzere Folge. Aber es reicht schon, das Geld, was man bekommt und auch, ich denke mal ein, zwei gute Wagen werden wir auch bekommen. Wollen wir mal schauen, ob wir Glück haben. So, wenn ich ihn jetzt auf den Boden lege, den Controller, wollen wir mal gucken. Was klappt das eigentlich immer? Aber wenn ich ihn auf den Boden lege, ich weiß auch nicht, was mit dem Controller abgeht. Es ist aber deutlich besser geworden, das mit dem An- und Abstöpsel, mit dem USB. Ich habe die Batterien rausgenommen. Die Batterien waren total kaputt. Und der ist ja, ich brauche die Batterien ja nicht, der ist am PC mit USB angeschlossen. So, dann kriegen wir jetzt zwei normale Wheelspins. Ja, wünscht mir Glück und euch wünsche ich viel Spaß. Ja, das hat sich schon mal gelohnt. Ah, super, Alter. Na ja, okay, den kann man ja eigentlich aufsetzen. Sie hat lange Haare. Das ist guter Ria. So, jetzt ein super Wheelspin. Aber wo mehr Glück. Ja, die 175 sind gut. Ich weiß nicht, ob wir ihn Raptor schon haben. Irgendwann hat man ja manche auch doppelt, je länger man das macht. Wollen wir mal schauen. Nee, haben wir noch nicht gehabt. Gut, auf ein neues. Wir haben heute immer noch den 24.01. 21.35 Uhr. Und haben Bier schon runtergekühlt. Okay. Und wir瞬eln. Gut. Schluss. Gut. und eine runde drehen wir den porsche nicht versprochen habe mit dem carriere gt machen wir morgen nach wir kriegen jetzt zwei wir sind wir sind in der stufe aufgestiegen weil ich bin ein bisschen übermüdet heute ich bin ziemlich früh aufgestanden den jaguar haben wir schon bei dem projekt 7 haben wir schon so jetzt sind wir fast an der zehn millionen marke dran das reicht noch für zwei zweimal reicht es noch die 35 punkte naja keiner los pech gehabt mal gucken ob wir das anders machen können muss mal gucken eigentlich hersteller ja okay fehlt dann ist das gucken machen wir das so geht auch ratzfatz wenn ihr das macht so wie ich das hier mache denn solltet ihr das spiel auf die ssd installieren ladezeiten sind manchmal doch ein bisschen schneller so 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 Ja, die Continental hatten wir, glaube ich, schon da oben. Renault Clio, glaube ich, nicht. Joa, ist Standard, ne? Ich glaube, der da unten, der GTR 73, ach, Nissan Skyline. Na, weiß ich nicht so genau. Hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Hm, ja, das letzte Mal jetzt noch. Forza Link, ne? Ach so, ja, okay, dann kenne ich mich noch nicht so mit aus. Dann kann man den quatschen per Chat, ne? So, wollen wir mal sehen, ob wir jetzt zum Schluss noch ein bisschen was Besseres ergattern können. Aber wir haben heute, glaube ich, dreimal haben wir es heute gemacht. Und das hat sich schon gelohnt. Vor allem vom Geld. Geld gibt es sehr viel. Ah, einen Ferrari hätte ich gern gehabt, den GTB. Ich glaube, den haben wir auch gar nicht gehabt. Schade. So, der letzte für heute. Ja, ich sag ja, Geld gibt es sehr viel. Oben war der legendäre. Joa, bin ich zufrieden mit. Haben wir das Geld auch noch mit. Joa. Ihr seht, also 10 Millionen und dann auch noch 370.000 oben drauf. Wir könnten an der Fürsicht noch ein Level aufsteigen. Holen wir uns hier nochmal die 5 Punkte. Und dann holen wir uns zum Schluss noch die Supra. Die ist das. Mal gucken, ob es einmal ausreicht, sonst müssen wir sie zweimal kaufen. Aber bei dem ganzen Geld, was wir jetzt haben, kann man das auch machen. Das habe ich selber rausgefunden. Also das habe ich nicht von anderen YouTuber. Das ist nämlich, man kriegt für einen Punkt 10.000 EP und das ist wirklich sehr viel. Vor allem für den Preis für 38.000. Hat noch nicht gereicht. Das kommt immer drauf an, wo der Balken gerade ist. Wenn er drei Viertel voll war, dann hätte das gereicht. Aber dafür dauert das beim nächsten Mal ja nicht so lange. Wenn man Rennen fährt oder so. Und morgen fahren wir natürlich auch wieder Rennen. Wir werden auch Multiplayer-Folgen machen und sowas alles. Das, was wir jetzt hier machen, wir haben ja schon genug Geld und auch geile Autos. Und insofern kommen da auch bald wieder andere Folgen. Aber ist eine gute Methode, um an Geld ranzukommen. Und auch an geile Autos. Wenn ihr einen Wunsch habt, also ich sage mal über Autos oder Hersteller, dann schreibt mir das in die Kommentare. Denn kaufe ich ein Auto von dem Hersteller ein geiles. Ja, und für neue Zuschauer könnt ihr euch auch mal meinen Kanal angucken. Ich habe, ich weiß nicht wie lange ich das jetzt mache, vier, fünf Jahre bei YouTube und bestimmt 1500 Videos von 100 verschiedene Spiele. Ja, und da könnt ihr ja mal reingucken. Und wenn ihr einen Bock habt auf irgendein Spiel, was euch gefällt, was ich jetzt playen soll, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. So, jetzt reicht das aber. Ja, haben wir noch einen Wheelspin zum Schluss. Gut, was wir noch machen können. Ähm, wo macht man das denn? Ich glaube, wir müssen ins Haus. Wir ziehen hier nochmal eine andere Hose an. Normalerweise würde ich hier jetzt zu Hause die Hose ausziehen. So, wir haben dann nämlich eine andere Hotpants gewonnen. Die sieht ja nur wirklich nicht so prall aus. Okay, es ist dunkel. Nicht umdrehen hier, so. Ja, okay. Ähm, Beine. Ja, okay, das ist eigentlich dieselbe. Bloß in blau. Ähm, blau sieht besser aus. Wie sieht das denn aus? Die hat geile Socken an, aber leider ist dunkel. Ähm, wir wollen schon ein bisschen die Beine sehen. So, was haben wir denn? Oberteile, Kleider. Nee, da ist noch nichts besonderes bei. Ach so. Ja, das ist episch. Das ist alles ziemlich kurz. Grün, blau-grün. Ja, nehmen wir mal so. Alles klar. Ich muss mal gucken, wie spät das ist. Wegen Nachtruhe. Ach, ein Freund von mir hat mich angerufen. Aber das ist jetzt zu spät, weil ich jetzt feiere. Ja, gut, wir können. Ich kann auch mal 10 Minuten länger, muss ich hören. Ähm. Die beiden haben wir bekommen. Da war heute nichts Tolles groß bei. 220 Autos haben wir jetzt insgesamt. Hm. Ich bin zwar schon ein bisschen übermüdet, aber der Porsche, der fährt sich gut. Nee, falsch. So. Das ist nicht bloß ganz nach rechts. So viele haben wir uns schon gekauft. Na, wo ist er? Hier ist er. mit Carrera GT. Mal gucken, ob der noch... Na gut, dann nehmen wir die 15.000 mit. Boah, dann nehmen wir auch mit. So. Dann wollen wir den Sprint nochmal fahren. Den haben wir heute gewonnen, glaube ich. Müsste. Das passt. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Subt trained. Daannen Leistung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Na ihr seht, er fährt sich richtig gut. Hat super Traktion auch. Und für sein Baujahr hatte er schon ausfahrbaren Heckspoiler. Schon eine geile Karre. So, und wir hatten, glaube ich, noch einen Wheelspin bekommen. Hey Britta, mein Tablet machte Ding. Bereit ein Abenteuer zu wählen? Das machen wir auch mal wieder. So. Ich glaube, wir haben zum Schluss sogar noch einen Wheelspin. Ähm, wir machen das aber anders. Nein. So. Wir wollen uns den geilen Porsche noch mal einen Forza Vista anschauen. Habe ich schon getan, aber vorne ist ja immer ein kleiner Kofferraum für eine Handtasche. Für die Lady. Und hier kann man, ach jetzt kann man hier auch schon reingucken. Das ist das Triebwerk. Ist geil. Hat auch sehr fette Auspuffrohre. Ja. So sieht das Ganze aus. Cockpit. Drehzellermesser bei Porsche. Immer in der Mitte. Na, warum geht das nicht? Ach so, müssen wir den Wagen erstmal anschmeißen. Ja, ich bin schon ein bisschen weiter jetzt mit dem Kopf. Ich muss jetzt ein bisschen Party machen. Das brauche ich jeden Tag. So, wo schmeißt man ihn an? Links? Wo ist der Knopf, ja? So, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch den Wheelspin. Und hören ihn uns nochmal an, wenn er weg ist. Geiler Sound, ne? Jo. Erstmal parken, sagt er. Aus dem Kopf. Na, ist schon geil. So, dann holen wir uns den Wheelspin. Der ist nicht da. Okay. Dann habe ich mich verguckt. Ich dachte, wir sind im Level aufgestiegen. Na, ist egal. Gut, meine lieben Freunde. Das war die neueste Folge Forza Horizon 5. Mit Wheelspins und Super Wheelspins. Wir haben die 10 Millionen Marke geknackt. Morgen geht's weiter. Aber wie gesagt, wir machen auch Multiplayer-Folgen. Und alles wird dann noch kommen. Gut. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen recht schönen Tag. Und ich mache jetzt Party. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.